Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Firewatch. Sollten wir, aber diesmal nehmen wir unsere Schaltmaschine mit. Die lassen wir natürlich nicht unten liegen. Dieses Mal nehmen wir sie mit. Ist ja wichtig für uns. Erst reinstellen und auf den Tisch put back. Ah, guck mal. Ja, das hoffe ich. Moment, was haben wir hier? Guckbook. Ich habe doch hier noch was. So, ok, wenn du das sagst. Äh, Teigreiter. Ja, äh, Frage. Äh, äh. Tja, die Mädels werden es wohl nicht gewesen sein, weil... Irgendein Preview hatten sie auch nicht so viel Grund dazu. Gucken wir mal. Ja, ja, wenn irgendwas, wenn noch mehr passiert, ja. Immer dasselbe. Ich muss dich sicher sein, dass hier sicher sein wird. Ja. Äh. Ich weiß nicht. Ich muss mir einfach, wo eine Schraube finden. Ich bin einfach in der Forrest-Service-Weapons-Cache und ich fühle sicherer als der Pope in seinem kleinen Auto. Ja, jemand hat die Wahl vorhin gemacht, dass Menschen mit infinite Zeit und einer Schraube... Ja, das war ein bisschen eine schlechte Idee. Ja, okay. Ja, okay. Ich will sehen, was ich tun kann. Nein, das war ein Problem. Das Strom hat die Telefonnummern ausgelöst. Ich habe mit den Service gesprochen, das bedeutet, dass wir so weit entfernt haben. Ich habe versucht, Radio zu kommen, und das funktioniert auch nicht. Es ist kein Backup, sollte ich die Rewarden geben? Das Backup ist die 2-Dage-Hike. Ah. Das ist ein Nein? Es ist leichter für mich, die alle Look-Outsen auszuhalten, um die Status des Wires in ihren Bereichen zu schicken. Dein ist ein guter Hike weg. Wenn man einen Teil davon findet, kann man versuchen, einen Ranger zu holen. Und er bringt jemanden in, um es zu fixen. Okay, ich kann das tun. Wo ist es? Erinnerst du den Kamm, den du gestern hikedest? Ja, natürlich. Also, du willst da zurück gehen, geh durch und weiter nach dem Norden gehen, wenn du rauskommst. Will do. Danke, Hank. Das ist Henry. Was, du magst nicht Hank? Ja, ich mag nicht Hank. Aber Danke riemen mit Hank. Nein, es ist nicht. Okay, gut. Ich mag sie. Die ist klasse. Die ist super. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Nee. Wer? Ach. Das müsste man alles mal wieder zurückräumen, ne? Wo waren meine Bücher überhaupt drin? Wo waren denn meine Bücher überhaupt mal alle drin? Ach, hier in den Bücherregalen. Ah. Pass auf, dann machen wir das doch mal eben. Ich habe gesagt, ich spiele das ohne Eile und deshalb spiele ich das auch ohne Eile. Gesagt ist gesagt. Das ist ein... Oh. Okay. Ähm. So. Hä? Ich bin ja nicht auf der Flucht hier. Ähm. Put back. Okay. Scottish Old Soap. Liegt hier noch ein Buch an? Ach, guck mal. Das sind die Bundle of Fireworks, die wir kompensiert haben. Das ist noch da. Roll paper. Pick up. Aha. Moment. Two Orc Map. Escape from Two Orcs. Iron Fortress. Doom Canyon. Magic Circle. Two Orcs Lair. Ah. Schau an. Das ist mein Turm. Da oben muss irgendwo ihr Turm sein. Witch's House. Death Mountain. Ist ja interessant. Lake of Acid. Ähm. Warte mal. erst mal. Drop. Hey. was in Tufel Tessie okay geht sie gar nicht drauf ein, was? gut, es geht, pick up save for later, hold ne, drop, den legen wir da mal wieder hin und wir haben noch hier Foto with Julia na wir wissen nicht mal, wie sie aussieht okay put back okay, wir gehen raus hey, komm dann wollen wir mal uns auf den Weg zu den abgeschnittenen Kabeln machen ich hab mir überlegt, dass ich wohl so jeden zweiten Tag eine Folge rausbringe das heißt, Freitag kommt eine und Sonntag kommt eine ich muss das nicht jeden Tag machen ich bin ja nicht auf der Flucht hier und ich weiß, ihr möchtet ja vielleicht gerne mehr sehen aber ich weiß jetzt auch gerade also jetzt gerade für heute auch gar nicht wie ich das zeitlich anders machen soll wir sollten nochmal zu diesem Cache gehen und die Karte danach tragen da fehlt mir nämlich noch was das hab ich nicht getan aber mal gucken vielleicht mach ich das auch ein andermal darf ich nur nicht vergessen da hab ich glaube ich die Karte nicht nachzeichnen lassen sehr schön sieht's hier aus sehr schön bin ich immer noch auf dem richtigen Weg das war keine Absicht dann laufen wir doch mal wozu hab ich nen Kompass wozu hab ich nen Kompass okay wenn wir dann schon mal hier sind okay wenn wir dann schon mal hier sind ja they are wozu hab ich da wozu was ist was ist wie ist es lebt talk about Bucket you know I don't know I used to just spend a lot of time with our dog Bucket aww that's a good name he was a good dog what type a beagle we got him from the pound that's great hey can you hold on a sec sure just gonna keep hiking Listen. Okay. Mal gucken, was er jetzt hat. Hey, sorry about that. Anyway, Bucket's a cute name. You, um, you owned him with someone? Who was that? Who was who? I don't think he has any idea. What was that? Were you talking about me? Uh, what? You left your button pressed or something. Henry, that call was work. I was just talking to... Actually, it's not really your business. Why are you freaking out? I'm not freaking out. Good. I'm gonna go quiet for a little bit. Tell me if it's important. Okay, Delia stepped away. She's annoyed. Okay. Oh, 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 okay. Weed Q. Ach, okay, es geht auch so. Okay, finde ich das andere aber viel schöner, muss ich sagen. Warum kann ich die Karte denn nicht abzeichnen? Hat er das schon? Es ging doch, oder nicht? Na gut, okay, dann, äh, hm. Okay, wir sind aber auch nicht umsonst hier hingelaufen, weil wir hatten ja einen Dialog, auch wenn der nicht gut ausging, fand ich jetzt, muss ich sagen. Wir müssen Richtung Ost hin, ne? Die Richtung. Ich hab sie jetzt verärgert. Sowas krieg ich immer sehr gut hin. Okay. Wollen wir mal an die Karte gucken. Ja, machen wir erstmal in die Richtung weiter. Ah, hier doch. Ach, ich kann nicht laufen mit der Karte in der Hand, was? So. Hier geht's aber entlang, oder? Bin ich mir jetzt ganz sicher? Ne. Ähm. Wir gehen in Richtung Norden, muss ich jetzt laufen. Ach ja klar, an den Klo an vorbei. Wir sollen doch den Kabeln da folgen, ne? Oder sehe ich das falsch? Wo mussten wir hin? Zur Höhle, sagte sie so. Und dann, äh, Richtung Norden. Oh klar, Mängi. Das hab ich nicht aufgepasst. Ich glaube, sie hat, also auf alle Fälle zu der Höhle und dann, äh. Machen wir das mal. Ich glaube ja, dass sich da zwischen den beiden entweder mal was entwickelt oder eben auch nicht, wenn ich es weiter versemmel hier. Wenn wir mal schauen. Drop down. Na, nicht stürzen. Wow, okay. Hey. Viel Lauferei hier, was? Gut, gehen wir runter zu der Höhle. Ah, lange laufen kann ich nicht. Ich bin doch sehr schnell erschöpft, wenn ich, äh, wenn ich renne. Lange geht das nicht. Hä? Nee. Krieg keine Verbindung zu Delilah. No chance. Da ist nichts zu machen. Ähm, muss ich jetzt hier runter oder wo muss ich hin zum Henker? Sitzen wir in der Höhle. Gut, da müssen wir erstmal raus. Ah, pfeift ganz schön der Wind durch hier, was? Oh, ich denke mir mal, dass wir den Weg hier jetzt folgen müssen. Ja, in Richtung Norden. Das machen wir einfach mal. Oder was ist das Grüne? Habe ich hier irgendwo eine Legende? Was ist das Grüne ist da? Ach, das ist der Cache. Okay, gut. Guck mal, handgezeichnete Wolken. Wie nett. Neues Gebiet. Wo gehen wir denn jetzt lang? Wir sollten auf der Straße bleiben, ne? Sprach und blieb nicht auf der Straße. Ja, Delilah, jetzt, du, sei doch nicht länger eingeschnappt. Ach, Frauen. Immer dasselbe. Ich kann sehen, das Wasser, wie du es sprachst. Es sieht, wie es in guter Form von hier. Wir folgen es auf den Topf des Straßen, wenn du kannst. You can head back as soon as you give me the all clear. Got it. So we really can't reach anyone any other way than these wires? What else do you suggest? Smoke signals? Just, it seems dangerous. Well, if they don't hear from me for a few days, they'll send someone out. But I'd rather it not come to that. Okay, na ja. Ähm, ähm, pfff, gehen wir mal hier hoch. Ich weiß nicht, ob wir da hinkommen, aber wir kommen da hin. Das sieht jedenfalls gut aus. Und wir brauchen, äh, wir machen von oben ein Foto nach unten. Haha, so machen wir das. Äh. Äh. Mal die Karte eben öffnen. Utility Rope. Telefon, genau. Ja gut. Ich würde sagen, wir folgen mal den Weg weiter. Hier scheint es ja noch in Ordnung zu sein. Dann gehen wir doch mal da lang. Wow, das ist aber gut verkabelt hier. Hm, eigentlich sollte ich ja zum Gipfel, ne? Da oben hin? Ich weiß nicht. Das ist eine ganz schöne Ecke. Die ich laufen muss. Ja gut, an dem kann man nichts machen hier. Ah, da vorne ist was. Ach, schau an. Da hört es auf. Das Seil. Und da ist was gelbes. Äh, das Seil. Das Kabel. Da gehen wir auf jeden Fall mal hin. Also zuerst. Würde ich sagen, ne? Ach nein. Guck mal was. Was ist das? Es gibt ein paar leckere Kanten hier. Das ist wie vorhin? Ja. Diese fucking Kinder. Ähm. Warum denkst du, sie würden hier sein? Ich weiß nicht, aber sie hätten besser weg von unserer Kommunikationsstufe. Haha, die ist sauer. Tja, und überlassen sie ihre Dosen rumliegen. Gehören, ey. Unglaublich. Mal gucken, ob wir noch mehr finden. Jep. Ja, es ist ja irgendwie auch eindeutig, ne? Wer das war. Also eine bessere Spur kann man ja gar nicht hinterlassen. Unglaublich. Ah, ja, okay, die wire ist down hier. Okay, gut. Any sign of those girls? Did they mess with anything? I'll look around. Inspect the... Na. 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 Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was cut deliberately. Yep. I knew it. The moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? I mean, what if something happened to one of my lookouts while this was going on? And God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them. And then what? I... I haven't thought that far ahead. Bust them. That's not true. Everything that comes to mind is illegal. Mm-hmm. Let's hear it. Oh, yeah? Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Yeah, I'd make a spooky ghost costume, but they stole the sheets. I don't know. Um... Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. Mm-hmm. I'll find them. Thanks. But I am gonna need a raise. Don't hold your breath. I'd start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. Oh, they're big into Red Eagle. Hm. Great. See if you can find the path they took down from there. Okay. Maybe they looped back around towards the lake or something. Well, vielleicht. I doubt they're where they were yesterday, but they obviously can't have gone far. Okay. Sie sagt, sie können nicht weit weg sein. Go hell. Ah, ja. Mm-hmm. Sehr toll. Ich würde sagen, da müssen wir vielleicht einfach nur den Bierdosen folgen. Aber, ähm... Da würde ich mir jetzt erlauben, das in der nächsten Folge machen zu wollen. Ja, wir müssen nur den Bierdosen folgen. Da liegen ja schon welche. Hier liegt eine und da liegt eine. Wir machen umherbar noch ein schönes, obwohl das war eigentlich ein schönes Foto da oben. Ich kann jetzt hier auch gerade nirgendwo... Krieg ich hier irgendwas... Da unten würde ich eher gerne noch hin, ne? Zu dem Cash. Müssen wir schauen. Kriegen wir hin? Okay. Dann würde ich euch gerne am Freitag wiedersehen. Ich weiß, dass andere YouTuber die Folgen täglich raushauen. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr bei mir weiterschauen würdet. Müsst ihr gucken. Wie gesagt, ich werde da jetzt kein Wettrennen anfangen, um hier täglich irgendwelche gehasteten Folgen rauszukloppen. Das kann man bei AAA-Titeln machen. Ich finde, dieses Spiel hat das nicht verdient. Und, ähm... Ich lasse mir damit Zeit. Es wird vielleicht auch ein bisschen länger dauern hier bei mir. Aber ich denke mir... Oh. Das passt. Ich finde mich hier wieder. Und darauf kommt es an. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Freitag dabei seid. Bis dann. Tschüss.